Hi, willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich sechs stilvolle Looks für euch vorbereitet, wie sich Röcke festlich stylen lassen. Und jeder hat ja so ein bisschen ein anderes Gefühl für Stil, Stilempfinden und für Festliches. Deswegen habe ich für euch so eine Art Auswahl vorbereitet von romantisch über casual, über ein bisschen rockiger und partytauglicher bis hin zu wirklich diesem klassischen Schick. Aber auf jeden Fall alles für diesen einen besonderen Abend, wenn man ausgehen möchte und ein bisschen, bisschen besonders aussehen möchte. Wenn ihr neu hier seid und euch so eine Art Modethemen gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wir uns in Sachen Mode einfach ein bisschen weiter austauschen können. Und ja, ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Die ersten Looks, die ich für euch vorbereitet habe, die basieren alle auf Plissé-Röcken. Und Plissé-Röcke haben für mich ja immer etwas unheimlich romantisches an sich. Ich weiß nicht, wie ihr, also ob ihr auch der Meinung seid, aber es hat für mich immer irgendwie so etwas richtig romantisches an sich. Es gibt aber auch sehr, sehr schöne Modelle, die haben so einen Metallic-Look. Und dieser Metallic-Look, der nimmt den Plissé-Röcken meiner Meinung nach irgendwie schon so ein bisschen diese Zartheit, die sie so an sich haben. Das macht es deutlich partytauglicher. Wenn ihr einen Pullover dazu kombinieren möchtet, dann würde ich eher zu einem dünnen Pullover greifen und den dann reinstecken. Versus einem größeren, gröberen Chunky-Pullover, der, finde ich, diesen gesamten Look mit dem Plissé-Rock deutlich alltagstauglicher stylen würde. Natürlich könnt ihr auch zu einem groben Pulli greifen, wenn ihr einen sehr, sehr schönen zu Hause habt. Aber ich würde in diesem Fall eher zu einem feineren, dünneren Pullover greifen. Der macht es ein bisschen feiner. Und natürlich gehen auch Blusen in unterschiedlichsten Varianten dazu. Die machen das Ganze auch so ein bisschen schicker. Aber in jedem Fall würde ich zu Absatzschuhen greifen und nicht zu Sneakers. Denn Absatzschuhe machen ja jeden Look irgendwie ein bisschen festlicher, ein bisschen schicker. Dunkle Plissé-Röcke haben den Vorteil, dass sie nicht ganz so mächtig aussehen wie helle Plissé-Röcke. Denn ein Plissé-Rock an sich ist ja schon ein sehr, sehr starker Faltendruck, wenn man so möchte. Und diese Falten, die gehen ja an der Hüfte, unterm Po dann ganz schön auf. Und das kann etwas mächtiger aussehen an dieser Stelle. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann würde ich vielleicht nicht zu einem Plissé-Rock greifen, per se schon. Oder eben diesen Effekt ein bisschen minimieren, indem ihr zu einem dunklen Rock greift. Und den Effekt könnt ihr dann sogar noch vergrößern, wenn ihr zu einem Oberteil greift, das dann wiederum hell ist. Was so ein bisschen die Aufmerksamkeit zu sich zieht. Dann habt ihr so ein bisschen diesen Ausgleich drin. Schön finde ich es auch zu dem Plissé-Rock einen Longblazer zu kombinieren. Und da gehen sogar auch meiner Meinung nach die Sneakers, weil sie das dann wiederum so ein bisschen ausgleichen. Und wir ja auch hier eine ziemlich schicke Farbpalette haben. Und wenn ihr doch zu einem Oberteil greifen möchtet, was so ein bisschen bunter ist, wo so ein bisschen Farbe auftaucht, dann wäre das ja sowieso immer eine gute Idee, wenn man an den Accessoires dann auch wiederum diese Farbe aufgreift. Wie beispielsweise an den Schuhen. Das ist super schön. Und um nochmal ganz kurz zu dem Thema von vorhin zurückzukommen. Wenn wir zu einem helleren Plissé-Rock greifen, dann wird da deutlich vordergründiger sein und deutlich stärker auffallen. Und alles, was hell ist oder alles, was grell ist, das zieht ja den Blick viel, viel schneller an. Das steht auch viel weiter vor. Und da wird auf jeden Fall, wenn ihr zu so einer Art Rock greift, der Rock richtig schön in den Vordergrund gerückt. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann würde ich eher zu einem etwas dunkleren Rock greifen oder einer gedeckteren Farbe. Dann habe ich noch zwei weitere Röcke gefunden, die ich auch so ultra, ultra schön fand. Zwei unterschiedliche Varianten von Spitzenröcken oder Röcken mit Spitze, Röcke aus Spitze, wie auch immer man das beschreiben möchte. Und ich habe zwei unterschiedliche Beispiele gefunden. Einmal mit einem hellen Oberteil und einmal mit einem etwas dunkleren Oberteil. Oder nicht nur etwas, mit einem dunklen Oberteil. Und ich finde, da sieht man den Unterschied sehr, sehr stark, dass bei dem dunklen Oberteil die Spitze deutlich stärker hervorkommt, weil die einzigen hellen Stellen, die tauchen in dem Futter des Rocks auf. Das heißt, da hat man den größeren Kontrast und man guckt viel stärker auf den Rock. Und wenn wir auf das Bild mit dem hellen Oberteil gucken, dann merkt man, dass man auch sehr häufig auf das Oberteil guckt, einfach weil wir da auch sehr viel von dieser Helligkeit haben. Und dass der Rock dann ein klein wenig in den Hintergrund gerät. Also je nachdem, was ihr möchtet, könnt ihr auch mit Farben spielen und Dinge in den Vordergrund setzen oder Dinge in den Hintergrund packen. Und je nachdem, was ihr möchtet. Aber ich finde, beide Varianten sehen ultra, ultra stilvoll aus. Die nächsten Röcke, die ich gefunden habe, sind Röcke mit Pailletten oder Röcke, die ein bisschen mehr Glitzer an sich haben. Und für mich haben diese Röcke deutlich mehr Party-Tauglichkeit. Und da würde ich bei dem Rest darauf achten, dass ich es nicht zu bunt kombiniere oder mich so an Schwarz-Weiß-Kombinationen halte. Weil da der Rock schon ziemlich hervorstechend ist. Und indem ich es monochrom style oder eben den Kontrast, oder nicht den Kontrast, es ist halt einfach nicht so bunt style, man den Rock richtig schön in Szene setzen kann. Und obwohl ich finde, dass solche Röcke ziemlich party-mäßig aussehen, finde ich, hat die Nina von dem Blog Fashion Carpet es geschafft, so eine Art Rock richtig stilvoll und edel zu kombinieren. Also eine richtig, richtig schöne Kombi, wie ich finde. Dann habe ich auch ein paar Styles gefunden, die ein bisschen alltagstauglicher sind. Auch wenn wir hier über festliche Looks sprechen, finde ich, hat man ja auch manchmal das Gefühl, man möchte nicht ganz so krass aussehen. Man möchte doch ein bisschen alltagstauglicher unterwegs sein. Und ich habe ein paar Looks gefunden, die da ein bisschen mehr in die Richtung gehen, die ein bisschen mehr casual sind. Und da habe ich eins gefunden in monochrom. Und ich finde, Brauntöne gehen da wirklich immer. Das sieht wunderschön aus. Monochrom hat immer auch ein bisschen was stilvoll edleres an sich, auch wenn man da casual unterwegs ist. Und dann habe ich auch eine Kombination gefunden, wo ein paar Blautöne drin sind und blaue Töne für mich haben immer auch so ein bisschen was von diesem Jeans und T-Shirt Look. Ich weiß nicht, da habe ich so ein bisschen die Verwandtschaft in meinem Kopf. Und so ein mittleres Blau mit einem Weiß, das ist für mich immer eine Kombination, die etwas alltagstauglicher ist, die natürlich aber auch festlich getragen werden kann, wenn man die richtigen Accessoires dazu anzieht. Dann habe ich auch eine Reihe Looks mit Lederröcken gefunden und Lederröcke, die haben ja immer ein bisschen was Derberes an sich, ein bisschen was Rockigeres an sich. Aber welche Richtung es dann letztendlich annimmt, das kommt dann ganz, ganz stark darauf an, wie man es dann wirklich kombiniert, also wie man den Lederrock dann kombiniert. Ich finde, mit einer weißen Bluse und einem Blazer nimmt das dann gleich schon so was Schickes an. Wenn man das mit einem T-Shirt kombiniert, hat das ein bisschen mehr so was Casual-mäßiges. Und wenn man das mit einem Pullover kombiniert, dann finde ich, hat das so eine Art Ruhe trotzdem irgendwie in sich. Und ich finde, gerade bei dem Lederrock kann das so unterschiedliche Richtungen annehmen. Dieser Rock, der lässt sich so vielseitig einsetzen und stylen, dass ich mir jetzt tatsächlich einen Lederrock auf meine Einkaufsliste gesetzt habe für den Frühling, Sommer, so ein bisschen in die Richtung. Muss ich mal gucken, wo ich einen finde. Lässt sich sicher einer finden. Und gemusterte Röcke wollte ich euch auch auf keinen Fall vorenthalten. Ich finde, sie sind nicht so diese typisch schicken Röcke oder das sind jetzt keine typisch schicken Looks, weil da einfach sehr viel passiert und man da auch ja deutlich mehr Farbe hat. Aber sie sind trotzdem so, so spannend, weil da eben so viel passiert, dass man sie super schön stilvoll auch stylen kann. Bei so gemusterten Röcken würde ich darauf schauen, wenn da so große Muster sind, die auch vielleicht rundlich sind, dass diese Muster auch sehr stark mit den Körperrundungen mitgehen. Und wenn ihr zum Beispiel nicht so viel Aufmerksamkeit auf eure Hüfte lenken möchtet, dann würde ich eher zu einem Muster greifen, was vielleicht ein bisschen kantiger ist und nicht so rund ist. Aber ansonsten gehen so gemusterte Röcke sehr, sehr gut. Den Rest würde ich eher schlicht stylen oder vielleicht nur in einer einzigen Farbe stylen. Und sowieso, wenn man so viele Farben oder unterschiedliche Farben in dem Rock hat, dann kann man auch da in den Accessoires die Farbe ganz gut aufgreifen und nochmal auftauchen lassen. Zum Beispiel in der Kette oder in den Schuhen. Da lässt sich dann sehr, sehr viel mit anstellen und trotzdem noch sehr, sehr stilvoll stylen. Schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare, welcher Look euch am besten gefallen hat. Dann können wir da noch so ein bisschen weitersprechen. Ich könnte mich so sehr schwer entscheiden, weil ich sehr viele von den Looks, die ich heute gezeigt habe, persönlich sehr, sehr schön fand und auch so wirklich selber tragen würde. Und ansonsten war es das von mir diese Woche. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, wundervolle Woche, schöne Tage, schöne Feiertage. Genießt die Zeit. Und ansonsten wir sehen uns beim nächsten Mal nächste Woche Donnerstag und bis dann. Ciao. Ciao.